Willkommen zurück zu Let's Play Uncharted, Drakes Schicksal. Und wir haben im letzten Part hier diesen Boden eingeschlagen und einen geheimen Gang entdeckt. Dann würde ich mal sagen, gucken wir, was es damit auf sich hat. Taschenlampen. Taschenlampen. Haben wir denn da dabei, Drake? Oh Gott. Fledermäuse, das muss das Bad Cave sein. Okay. Das geht hier ziemlich, ziemlich tief runter und das verwehrt uns dann wohl den Rückgang. Könnte ich das so nennen? Was für ein nettes Fleckchen, Erde. Du hast was anderes erwartet, hm? Ja, wo ist das scheiß Gold? Das Ding ist schon vor langer Zeit geplündert worden. Dieser verdammte Pirat! Nein, das war sicher nicht Drake. Schau dir das mal an. Die Spanier sind ihm wohl zuvor gekommen. Was ist los, Sully? Nate, mir geht es nicht um irgendwelche Eimer. Ich steck bis zum Hals in Schulden. Ich hab mir hier wirklich was erhofft. Zu viele Lokalrunden in Lima, hm? Das und... Ja, ein paar Geschäfte mit den falschen Leuten. Solltest du nicht deine Finger von den bösen Jungs lassen? Und von den bösen Mädels? Ach. Und was ist mit dir? Was soll das denn heißen, hm? Die Reporterin. Hab gesehen, wie du sie anhimmelst. Elena? Blödsinn. Bei der bin ich unten durch, seitdem wir sie am Dock stehen gelassen haben. Haha. In der Liebe und im Krieg ist alles erlaubt. Ah. Und was soll denn da bitte der Unterschied sein? Das, mein Freund, musst du schon selbst rausfinden. Die Spanier haben echt viel Mist dargelassen. Wie es aussieht, hat unser guter Freund Sully ein paar Schulden bei den falschen Leuten. Oh, das ist echt nicht gut. Das ist echt tief. Ja, hier. Zum Glück weiß ich ja, wie man weiterkommt. Da steht nämlich ein schönes Fässchen. Und da schießen wir mal gegen. Sieht gut aus. Zack. Aber ich muss Sully recht geben. Unter Eldorado habe ich mir was anderes vorgestellt. Keine kaputte, verlassene Ruine, sondern eine Stadt aus purem Gold. Ich werde gerade hier komplett enttäuscht, Leute. Was ist denn los? Okay. Scheint eine Art Tor zu sein. Ja, du Angeber. Dann mach du halt. Ich halte sie auf. Versuch du, sie von innen zu blockieren. Ich würde diesen Karren dafür nehmen. Sieht ziemlich gut aus. Okay. Hoffentlich hält das auch das Gewicht dieses... Dein Tor ist aus. Oh ja, tut. Ach, schnell, Sully! Oder auch nicht. Hab ich mich wohl geirrt. Das war mir etwas zu, Klam. Hoffentlich gibt's... Oder was? Ja, hoffentlich. Moment, das kenn ich doch. Ich glaube, das kenn ich aus Drakes Tagebuch. Dieses Ding hier? Sieht mir aus wie so ein riesiger Pokal. Schau mal ein Tagebuch. Das Ding scheint eine Art Lampe oder Leuchter zu sein. Versuch mal, es anzuzünden. Da hast du so oft über die Zigarre gematzt. Und jetzt nutzt sie uns. Was? Naja. Okay. Dann wollen wir mal sehen. Echt schick. Okay, und wie kommen wir hier durch? Wir müssen den Schott irgendwie wegräumen. Ja, das machen wir. Das machen wir schon. Ein kleiner Funken jetzt zurück. Das Feuer. Okay, darfst du jetzt einfach durchlaufen. Wir brennen schon nicht weg. Und? Und jetzt wollen wir wahrscheinlich da runter. Würde ich mal schätzen. Nur wie schaffen wir das, ohne gleich drauf zu gehen? Aha. Hier an dieser Wand, wie es aussieht. Zack. Oh Gott. Äh, was? Was? Okay, das war dann wohl unser erster Tod in diesem Spiel. Drake, ich dachte, du kannst das besser. Ich hätte es gedacht, er hätte es geschafft, da rüber zu gehen. Aber nein. Drake, du hast mich enttäuscht. Egal. Okay, da müssen wir aufpassen. Manche von diesen Dingern sind locker. Und da wollen wir nicht dran sterben. Und wir sind unten. Super. Äh, ist hier irgendwas drin? Nö. Okay. Ah, wieder diese explosiven Fässer. Zack. Und eine Leiter öffnet sich. Komm runter, mein Freund. Du alter gebrechlicher... Zack. Okay. Kommst du? Dann erkunden wir mal weiter. Ich würde gerne irgendwo Gold finden. Hier kannst du wieder Licht machen, Bro. Schön. Natürlich schließt sich die Tür hinter uns. Aber die andere öffnet sich. Das ist doch super. Hm. Sully, du folgst mir. Tak, 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 tak. Okay, ein schicker Flur. Aha. Und sieht so aus, als wären hier schon Leute vor uns gewesen. Und das hat nicht gut für sie geendet. Ich weiß nicht was. Du weißt nicht was? Was noch? Die Zeichen kenne ich doch. Mhm. Die Ordnung dieser Zeichen trägt Bedeutung. Okay. Ähm. Dieses Zahnradding 1. Das komische Viech mit dem Stab 2. Die Spinne 3. Und das Gesicht 4. Okay. Äh. Hier auf dem Boden sieht man diese Zeichen. Und da oben sind zwei von ihnen. Einmal da. Und einmal da. Und da ist das erste Zeichen. Okay, dann wollen wir da mal direkt hin. Nate, ich denke du kannst hier hochklettern. Ja, gut. Okay, dann drück das mal ein. Hey, da passiert was. Ja, ich weiß. Das hab ich auch getan. Okay, was war zwei? Dieses komische Viech da. Okay, wo ist das denn? Ist das das da rechts? Ich weiß es gar nicht. Ähm. Bist du hier? Das sieht mir nicht so aus. Nö, du bist dieses Spinnenviech. Dann geht's mal wieder zurück. Nein, schau nach hinten, Drake. Okay. Du bist das zweite Zeichen. Die zweite Säule erhebt sich. Okay, die Spinne war Nummer 3. Auf, zurück. Oh, pass auf. Okay. Und dann gehe ich davon aus, oben rechts ist das letzte Zeichen. Da gehen wir mal ein bisschen hier zentraler durch. Okay. Und hier hoch, mein Freund. Äh, was war denn hier los? Okay. Und das Gesicht. Perfekt. Und jetzt passiert was? Natürlich, der Boden öffnet sich. Und da ist eine Leiter. Perfekt. Ja, das passt so. Warte mal, ich sehe es mir an. Ist gut. Sei vorsichtig. Ja, ich bin immer vorsichtig. Hey, du hast gut auf da unten. Wo? Äh, das heißt dann wohl, wir müssen uns fallen lassen. Okay, wünscht mir Glück, Leute. Geronimo. Okay, ich muss mich doch nicht fallen lassen. Hahaha. Hahaha. Hä, aber wo ging es denn lang? Ach, da nach links. Da sieht man das doch schon. Okay, das war ein wenig dumm von mir. Zack. Okay, ich dachte, wir müssen da runter, weil da Wasser war und ich dachte, wir schwimmen da einfach mal lang. Okay. 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 Ist ja das Teil da wohl wegschieben. Die Frage ist jetzt nur, wie kommt Sonny nach unten. Ja. Scheint echt so. Das bringt was, das bringt was, was wir nach da unten können? Es gibt Schlimmeres. Also dann. Also dann. Tschau. Ja, springen wir erstmal eine Runde gegen den Felsen. Okay. Gibt es hier nicht irgendwie eine Möglichkeit schneller zu schwimmen? Nein, ich denke nicht. Ja, ab hier hoch. Jetzt bin ich nass. Captain Orbeez schlägt zurück. Okay. Zack. Dann wollen wir mal hier hoch. Und hoffentlich finden wir einen Weg wieder zurück zu Sully. Ich meine, der steht da immer noch oben rum und ist ja nicht runtergekommen. Aber hier scheint es nach oben zu gehen. Zack. Da stehen wieder explosive Fässer. Ich bin jetzt drüben. Willkommen zu dir auf. Ah ja. Ganz kurz, Bro. Ich würde von der Tür weggehen. Lebst du noch? Ja. Okay, gut. Ah ja. Was wollte ich denn sagen? Ah ja. Ja, ähm, in dem ganzen Spiel gibt es ein paar Schätze versteckt. Ich nehme den hier. Ja, ich will den hier haben. Im ganzen Spiel kann man so Schätze finden. Das sind so kleine, ähm, Teile, die so während des Spiels rumliegen. Im Verlauf des Spiels. Sieht sicher aus. Ja, hundertprozentig sicher. Was sieht denn sicher aus als so eine kaputte Struppe? Nur aus Holz. Oh Gott. Ah. Falsche Richtung, Bro. Im Laufe des Spiels kann man so mehrere Schätze finden. Und ich sollte nach hinten lenken. Okay, das ist echt fies, dass die Kamera dann so einfach umschwingt. Okay, und ja, davon gibt es, glaube ich, im ersten Teil um die 60 Stück. Und ich werde die hundertprozentig nicht alle sammeln. Das ist mir zu viel, äh, Arbeit. Außerdem sind manche von den Echten zersteckt. Und da habe ich keine Lust drauf. Zack. Und wir sind noch am Leben. Du kommst zurecht? Hahaha. Ich habe es geschafft. Nichts passiert. Hahaha. Also, in so eine Situation würde ich nicht gerne kommen. Das will ich danach auch hoffen. Ja, da scheint Licht zu scheinen. Aber ich habe immer noch nichts von dem Gold gesehen. Wann kommen wir denn zur Goldstadt an? Wenn ich fragen darf. Boah, Wahnsinn. Sie haben den Tempel drumherum gebaut. Und um was? Eine Statue. Eine Goldstatue. Eine Riesengoldstatue. Schau mal her, diese Menschen da. Die huldigen dem Ding. Wenn das überhaupt Menschen sind. Na klar. El Dorado. Der goldene Mann. Sali, es war keine Stadt aus Gold. Es war das hier. Es war ein Götze aus Gold. Mann. Kannst du dir vorstellen, was das Ding heute wert wäre? Schau mal hier. Spuren. Die Spanier haben sie auf Stämmen weggeschleift. Und wir sind leider 400 Jahre zu spät. Und gehen leer aus. Ja, sieht so aus. Verdammter Mist. Außer... Außer was? Wir folgen der Spur. Also keine Stadt aus Gold. Nur so ein Klumpen. Ich meine, der ist bestimmt auch einiges wert. Aber eine ganze Stadt aus Gold wäre mir irgendwie lieber. Aber wie dem auch sei. Wir folgen der Spur aber erst im nächsten Part, Leute. Das war's für heute. Mein Name ist Vitos und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao. Ciao. Ich weiß es nicht, aber es kann. Okay.